Musik Hallo Leute und herzlich willkommen bei der neuen Folge Ender Games Boah, ist gerade so stressig gerade Ich musste gerade noch was einstellen beim Aufnehmen hier Und deswegen Wie muss denn noch mein Headset? Habe ich gemutet? Da muss ich den Sound etwas Ich muss kurz den Sound ein bisschen lauter machen Ich muss generell den Sound mal ein bisschen lauter machen Da hört man ja sonst gar nichts Habe ich 10%? Ja, es reicht Ich habe wieder das Kid Känguru gewählt, weil ich das einfach mag Das passt einfach Heute wieder Ender Games Beim nächsten Mal wird Skywars, denke ich, mal wieder kommen Es gibt jetzt wieder neue Kids Bei Skywars halt Finde ich auch cool, dass es wieder ein paar neue Kids gibt Ich habe auch, glaube ich, was habe ich überhaupt für Skywars Kids? Ich spiele das fast gar nicht Äh, ja, ich glaube, was habe ich für Kids? Ich weiß es gar nicht so genau Das Headset müssen wir hier umstellen Ich hole mir vielleicht bald ein Mikrofon vielleicht halt Ich weiß nicht, ob ich mir eins hole Vielleicht, ich weiß halt noch nicht So genau Alter, jetzt ist da eine Wand Das glaube ich jetzt nicht Es regt einfach auf Ja, okay, jetzt ist die Schutze zu Ende Jetzt lieber mal schnell ein Schwert machen Und dann Und dann einfach aufpassen, dass keiner kommt Okay, da kommt keiner Das heißt Ich crafte mal ganz schnell ein bisschen Zeug Ganz schnell ein Holzschwert gemacht So, das muss jetzt weg Ich nehme jetzt die Werkbank auch mal mit Falls man sie wieder brauchen kann Man weiß ja nie Ist auch so ein Block, so ein komischer So Oh, Kakaowohnen oder was das gerade war Kakaowohnen Sehen in der Texture Pack etwas komisch aus Aber das ist halt so Liegt halt alles am Texture Pack Oh, und ich werde geportet Alter, ich bekomme gerade Fallschaden Ey, das ist nicht gut, Alter Ich muss ja ganz kurz gucken, dass das Sound So, dass der Sound passt jetzt Ich will nicht, dass es sonst so laut ist Erstmal zu dieser Kiste hier rüber rein Vier Diamanten, das passt auf jeden Fall Weil vier Diamanten reicht schon, um ein Diamantschwer zu machen Wollen wir es jetzt erst machen? Ich würde sagen, ja, die Chance haben wir Das heißt, die Erschwert ist da Aber das muss ich dann hier alles sortieren So, ähm Ich werde dann meine Videos bald besser schneiden Sage ich schon gleich Dass da halt, wenn ich mal ganz kurz nicht sage Oder so, dass das halt rausgeschnitten wird Ähm Ich werde halt die Videos bald besser schneiden Und so weiter Also kommt alles Demnächst Dann Dann werde ich meine Videos ein bisschen besser bearbeiten noch Und dann Sind die Videos auch besser Von der Qualität jetzt her Okay, von der Qualität jetzt nicht so viel Aber vom Vom Video selber her Dann Die Länge wird dann halt kürzer Ähm Und ja Es ist gerade 18 Uhr Am Donnerstag Ich nehme das jetzt noch ganz schnell auf Ähm Noch ganz schnell so ein kleines Video hier machen Wo ich Endergames spiele Auf gommard.net Es steht auch da drüben Jetzt ist hier eine Wand Ja, ist super, Alter Ich sehe einfach mal mitten Drin eine Wand Ja, über was ich so reden könnte Ist einfach so Ja, ähm Alter Jetzt wurde ich wieder geportet Ähm Über was könnte ich so reden? Ja Ähm Die erste Schulwoche ist halt bald vorbei Ähm Ja, wir haben eigentlich sehr viele neue Lehrer Und auch sehr nette Lehrer Wie ich festgestellt habe Also fand ich sehr cool Die neuen Lehrer sind also sehr nett So einer hat gesagt Sie ist 24 Jahre alt Also ganz sehr junge Lehrer Und sehr nette Lehrer Muss ich schon sagen Also Finde ich einfach sehr cool Ist auch echt geil Wenn man so nette Lehrer hat Und so So, ich muss jetzt ganz kurz noch was futtern hier Ja, heute ist auch mal was So was ganz krasses passiert mir Ich bin so mit dem Bus von der Schule Nach Hause gefahren Dann wäre der Busfahrer fast falsch gefahren Alter Das war so lustig Also auch sehr komisch Ich habe voll den Schock gekriegt Weil ich dachte so Scheiße, bin ich jetzt im falschen Bus oder so Aber nee, zum Glück nicht Ähm Alter, hier sind gerade so viele Schweine Also Essen habe ich genug Hier ist glaube ich einer in der Nähe Ich habe gar keine Rüstung, Alter Scheiße, ich habe fast gar nichts, Alter Das ist richtig Ich habe gerade so viele Viecher getötet Hier Hier sind gerade so viele Viecher Schnell die Truhen Looten Das nehmen wir auch noch Ich habe gerade gedacht, das ist eine Kiste Aber nee, kann gar nicht sein Da, sieben Eisen Das bringt alles was So, der Typ ist auf jeden Fall jetzt weg Ich werde glaube ich gleich wieder geportet Das ist echt eine spannende Runde Ähm, ich hoffe Ja, was habe ich jetzt gemacht? Ich kann keinen Brustpanzer machen Ist mir auch gerade egal Mache ich jetzt einfach ein bisschen was Oh mein Gott Alter, ich habe gerade Ein Dierschwert, ein Eisenschwert Hier ist noch geile Rüstung Hier muss jemand gestorben sein Diamantbrustpanzer Ja, er kommt Ja, ich habe keine Chance Gegen ihn Ja, ich konnte nichts machen Mann, Alter Da kann ich jetzt echt nichts machen Weil der Typ da Ja, der kam einfach zu Aus nichts, Alter Das ist so Behindert einfach Ich muss ganz kurz gucken Wie lang die Aufnahme geht Äh, sieben Minuten, Leute Das heißt Ich beende jetzt auf jeden Fall die Aufnahme Wenn es dir gefallen hat Lasst auf jeden Fall einen Like da Ähm Es werden auf jeden Fall bald Äh, mehrere Also mehrere Videos jetzt kommen Ähm, so Sky Wars oder Oder sowas halt Wird halt noch sehr viel kommen Ja, also morgen kommt wieder Playstation Also Wie gesagt Kommt halt morgen Playstation Und heute Kam halt das Video jetzt hier Ähm Und dann am Samstag kommt dann halt Sky Wars Denke ich mal Ja, Leute Also würde ich sagen Da sehen wir uns wieder am Samstag Also, Leute Tschüss Von Mal bis zum nächsten Mal